Servus, grüßte und hallo, willkommen zu der Halloween Show in Vollgeist 5 mit dem guten Mano. Hallo, warum ist das Halloween? Das ist saures Show. Achso. Was ist? Das ist voll sause. Das glaube ich, wer für ein ganzer Sau ist. Das war jetzt grob gar nichts mit Halloween Show. Oh, da ist ein Pingu! Können wir denn nachlaufen? Mag Pingu home? Mag Pingu hat sich in den Tod gestürzt. Der hat den Abflug noch. Mag Pingu, ich bin hinter dir. Das finde ich toll. Nein, nicht ob ich vorhin. Ich bin so richtig dumm. Aber ich habe das schon mal gesagt. Nein, okay. Nicht oben vorhin! Bin ich ganz unten. Mh. 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 Oh nein! Was war denn das jetzt? Das war also von der Stadt ab der Seite. Bin ich blöd. Ich bin so blöd, weil ich so blöd bin. Ich nicht. Okay, ich bin besser. Oh Gott. Nein! Läuft. Läuft! Ich bin gerade so dumm. Ich bin gerade echt zu gestört. Warte, ich spiele jetzt am Spielen. So fass neu. Ich bin gerade dabei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt bleibe ich auf die Stähne. Nein! Jetzt bist ich wieder ins Ball gesprungen. Was soll ich machen? Manuel? Vielleicht nicht einfach so rumlaufen, wie ich. Ich komme nicht weiter. was ist denn ich verstehe es gerade nicht ich renne auf den balken rauf und renne am balken und glitsche habe zumindest kommt es mir so vor wenn das dauert nein ich bin so blöd ich bin so blöd ich war auf dem letzten ding ich bin auf dem letzten ding oh es kraft man du kommst du ja kommst du mandel kann ich gleich können wir gemeinsam mit Komm her, komm her. Lass uns gemeinsam ins Ziel gehen. Ja, miteinander. Gut. Oh, Reifenlegenden. Ich bin auch Reifenlegende. Und zwar einer für Schwimmreifen. Ja, Schwimmreifen hast du ja auch. Brauchst du ihn? Oh, nix. Ja, anscheinend ein grosser. So genau will ich das jetzt auch nicht wissen. Ach so. Entschuldigung. Mein Gott. Jetzt. Der Wichser, der. Schon wieder der Spiegelkopftyp da. Ich hole die jetzt da von oben. Von oben. Die Blödsau, die. Jetzt hat ihn der natürlich schneller gekriegt, Wirri. Ich weiß nicht, was hat der Mann. Der kotzt mich an. Das haue ich. Nein. Bist du hohl. Nein, du geht's dir gut. Ja, ja, mir geht's gut. Nur, da sollte die Leute extrem blöd sein. Ich soll vielleicht mein Zeitpunkt zu mir verschwenden. Irgendwo hoff jetzt am Glittern, wo ich gar nicht hoffi soll. Hm. Hat er da noch ein Güter gekriegt? Nein, jetzt voll joi. Okay, wow. Ich störe mich heute so blöd. Was wird's denn jetzt bei dir, du Vogel? Ich habe zwei von sechs. Ich habe drei. Das ist jetzt nicht ein Glanz. Ich habe vier. Das wäre ein Gefühl, da wäre ein Wenger. Das ist logisch. Mein Ohr. Da ist ein Güter und ich bin nicht durchgekommen. Ja, super. Dann braucht er noch einen. Ah, super. Ich bin jetzt zum Kacken ohne Kass, wenn ich jetzt aufs Klo hier sitze, die kann ich nicht mehr scheißen. Das wird doch, Baby. Das finde ich toll. Das ist doch nicht so. Ja, ist klar. So geht doch. Ja, ist für ein Aus. Ich bin jetzt aufs Klo. Und ein Mando macht das gut. Und Mom und Dad. Und Mando kommandieren ihn. Und halt so schlimm für den kleinen Mando. Au, du machst門ives gut bis jetzt. Ich weiß zwar nicht, warum ich den nicht auf meinem Schmruck habe. Wo ist ein Schitterate relax-Ziefst? Nein! Was war denn bis jetzt? Mein Leute, da gehts zu wie am Stachus. Ja, wie wenns frische Brotwischen sind, wenn man sonst glaubt. Oh, sicher sind wir die jetzt da. Hey, haben wir doch falsch gehört? Ja, ja. Du bist da oben. Ja, da gehts schon. Ich stelle mich heute so blöd. Es packt aber irgendwie ein wenig. Also fragt mich nicht, ob es im Morin liegt. Aber irgendwie liegt es im Morin. Irgendwie weiß ich es auch nicht. Das war es heute nicht. Nein. Wir haben keine gute Ware. Oh, nein! Aber der Mando hat eine gute Ware. Der Mando... Mando... Maschala! Gut. Ist der Spiegelkopf-Typ noch dabei? Ja, ist eh klar. Oh Gott. Gut, Lack, wirfst der Spitzenspitzel. Spitzel, Spitzel. Never ever. Never ever Ägypten. Na, aber der Spiegeltyp, der mags. Ich garantiere es. Ich garantiere es. Der Spiegeltyp? Ja. Meine Damen und Herren, wir nehmen doch bis in die nächsten zwei Sekunden Vietnam. Dankeschön. Chitterling, relaxt Zebra. Chitterling, relaxt Zebra. Chitterling, relaxt Zebra. Chitterling, relaxt Zebra. Scheiße. Spiegeltyp. Spiegeltyp. Ah, du hast einen Boost. Cool. Geht's nicht mehr? Ja. Den nehmen wir dir versagen aber auch gerade. Okay, aber du auch. Wie ist der im Fall? Ja. Da guckt einer noch ein Kommandant. Der warte drauf. Ah, es ist der Samenzepp geworden. Was? Der was? Der Samenzepp. Nicht der Spiegeltyp. Gut sei Dank. Damit kann ich die Folge genüsslich beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch an deinen Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Arriveder, ciao, ciao. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Untertitelung des ZDF, 2020